schieß mir den kopf und nenn mich papa kleine sau bei helipika 6 läuft es wieder besser was? jaa wagen wir es mal ab wir spielen wir dann in zwei jahren naja das ist wohl nicht ja so ungefähr könnte hinkommen wir können sogar transporter bauen meine frasse was ich nicht alles eingebaut habe und nichts funktioniert ne ja so Zeit mehr öl zu besetzen ich hab zu wenig viel Spaß ich hab genug Öl du kannst Öl doch nicht mal schneiden so advanced engineering wie viel Öl hast du 4 nö 6 wow ist ja gar nichts oder ne noch mehr ach 10 hab ich da unten steht noch eine eine so was will ich denn noch erforschen ich könnte Let's Plays über Spiele machen wo man Sachen erforscht aber es gibt sogar Spiele wo das der Fall ist äh so sieht es jetzt mit einem Turm aus der ist noch nicht fertig ich würd sagen die ähm ich würd sagen die KI macht nichts das weiß man nicht vielleicht versteckt sie sich nur gut nein sie macht nichts erst wenn du das nächste Mal ne funktionierende KI nimmst das ist doch dieselbe wie beim letzten Mal das ist doch dieselbe wie beim letzten Mal Niiiinein beim letzten Mal hat die ganz böse die Karte vollgebaut mit allem ja irgendwas blockt da keine Ahnung H-Net-Sensor CB Tower normalerweise hab ich da nichts verändert H-Net-Sensor White Spectrum toll V-Tool CWU Tower V-Tool kann ich nicht bauen wie jetzt wie kannst du sagen kann ich nicht bauen gibt es hier nicht so ich brauche mehr Öl bitte im Fall ist die KI doch was macht wenn sie uns überrascht vielleicht gehört das zu ihrer Taktik das ist gefährlich die KI so ich brauche mehr Öl verdammt da sagt er es ist schwierig in dieser Mission Öl zu bekommen erforscht du überhaupt noch irgendwas? ach doch ja ich erforsche noch ein bisschen ja ich erforsche gerade den großen Satelliten können wir alles sehen ich pack dir gleich mal große Satelliten äh nicht Satelliten äh sondern so Empfangsstationen pack die ach vergiss das so ich habe hier einmal alles stehen also wenn die KI was macht dann werde ich es als erster wissen und ich fürchte fast die macht nichts äh was ist denn das jetzt? was zur Hölle? du kannst deine Trucks transportieren irgendwohin was weiß ich ich glaube das funktioniert oder? ich weiß nicht ob das funktioniert das ist deine Mod testen wir es einfach mal hallo ich kann also heavy repair turret kann ich dir das auch ins Missionsgebiet schicken? ins Missionsgebiet? schick sie in die Kampagne rein ja das meine ich ja ich schick sie mal in die feindliche Basis mal gucken was passiert explodiert das Ding dann auch? ja das sieht ja gar nichts aus das ist einfach explodiert sehr gut nach dem ersten Schuss oh heavy boat wir brauchen Bootsrumpfe ganz eindeutig oh Tiger Tiger brauchen wir auch natürlich ich brauche ja noch ein wenig Hauwitzer jawoll Hauwitzer SOS Delfino das wollen wir nicht erforschen ich brauche mehr Öl ich habe noch nicht genug hey hey jetzt habe ich eigentlich wieder 3 Leute aber ich glaube ich nicht ich habe jetzt auch keine Follower mehr interessant ich aktualisiere vielleicht hier mal lieber hast keine Follower? nö ich habe jetzt 0 quasi ich aktualisiere einfach mal ich folge dich noch bei Herzen steht jetzt auf jeden Fall 0 mir folgt schon bei niemandem ja ok jetzt hängt scheinbar jetzt habe ich 0 Follower ich kann ich kann scheinbar nicht mal mehr Öl bauen schade hast du wohl 30 ja schade ich dachte das wäre schwer du hast mich angelogen ja ich könnte die Karte wollen doch nicht so gut du bist voll der Idiot hast du überhaupt keine Ahnung ich habe keine Follower mehr nooo auch keine frühen Betragungen so angeblich habe ich jetzt noch einen mehr in meinem Ding als Zuschauer aber das kann ich mir nicht vorstellen ich könnte mal mein E-Mail-Programm aufmachen und gucken was das so sagt so kann ich hier noch irgendwas warte mal ich kann das Spiel vielleicht scheiße die Zeit haben wir noch ja Twin Heavy Kellen Fortress nein was hast du nur für eine Idee Ripped Rocket Ready jawoll genau ist das mal gucken was dann passiert wenn das Ding irgendwo reinschießt wahrscheinlich explodiert so einfach nur wahrscheinlich kannst du auch Ground Shaker oder Hellstorm eben Hellgun? Warum nicht? ich habe mir so viel Zeug der Wahnsinn ich habe hier doch irgendwie da drauf geklickt hat er nicht reagiert ja und es explodiert ey Alter das Ding hat auch noch zwei meiner Türme und ein Ölding mitgenommen schon leicht heftig Super Transporter Heavy Machine Gun Transporter was ist denn dein Cyborg gelassen oder dein Mech? der ist im Transporter achso ich habe den mal als Sicherheitshabe irgendwo abgestellt wo ich keinen Unsinn mitmach wow voll das spannende Streaming Dingens ich habe hier irgendeine Nachricht bei Twitch äh nicht bei Twitch bei Dämon wenn die KI was machen würde wäre es nicht so schlecht wo ist es natürlich langweilig ich will beim Chat jemand was schreiben müsste erst mal jemand da sein ist ja total albern ne ich will mein E-Mail Programm aufmachen und mach den Browser auf du erforscht grad Brand Artillerie tue ich das? mhm ich will grillen weißt du achso grillfest du verstehen ich hab Bock vorst wo erforscht ich denn Brand Artillerie ich erforscht doch gar keine Brand Artillerie das ist diese jetzt nicht mehr oder? das war keine Brand Artillerie das war irgendwas anderes doch diese Incendary Artillerie Dings keine Ahnung das ist Brand Haubitze ok ich habe auch keine Kommentare auf Youtube bekommen wie es aussieht ich bin schon am Arsch soo ach richtig ich musste hier noch neue Ressourcen gewinnen weil weil die gehört mir schon die da enormen Verluste kompensieren so die Forschung dauert dann noch so lang ich habe zu wenig Geld ich brauche mehr Öl ich habe nur 34.000 irgendwas Ressourcen das liegt nicht am Öl woran dann? es ist normal dass es so lange dauert warum? ja weil es halt so lange dauert ich stell das mal anders ein weil die Kammergebäude nicht einfach mit entfernt abreißen so irgendwas wurde fertig erforscht Railgun Analyzer MK2 warum nicht? Heavy Body Gorilla so das muss ich mit dir machen das hier abzureißen reiß die Tür mal ab und lass mich neue bauen du kannst doch den Laser Satelliten erforschen jetzt noch zu spät ich habe schon neue Forschung gestartet ich baue jetzt erstmal Zeug und zwar neue Türme oh Satelliten ab links dann ja baue ich gleich mal hab ich doch schon achso sag das doch das ist ja völlig nutzlos da sind die anderen Türme ja völlig nutzlos soll man das Ding so früh erforschen können? für Artillerie brauchst du die trotzdem achso so wir wollen jetzt erstmal die Türme hier errichten wir wollen ganz toll viel Türme errichten ich weiß zwar nicht ob die noch mal dann ich greif mal den Violetten Kulitower Nuklearreaktor ich kriege mich jetzt auf ungegute Ideen ähm ach komm bauen wir mal einen Plasmidflamer Plaskreta in Platz 2 was auch immer das sein soll ich habe das Gefühl meine Artillerie wird nicht fertig werden wir können dann doch alles erforschen und alles bauen mhm nein nein wir müssen doch alles mal vorstellen jede Waffe jeden Turm ich bin mal gespannt wann ich morgen dann einen Ambassador aufnehme irgendwann nachts um eins wahrscheinlich dass die Karte nicht komplett aufgedeckt wird fände ich ein wenig schade also die kleine Karte da unten rechts aber einen Atomreaktor muss ich dann nachher schon nochmal bauen ist doch komplett aufgedeckt ne auf diese kleinen Minikarte unten nicht ganz ja bei mir schon nö ich habe hier guck mal meinen Stream so ich mache es mal groß damit du es aussiehst müsste jetzt gleich kommen gleich 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 dauert einen Moment noch einen Moment ich habe eine Delay von eine halbe Stunde ähm dann bau doch einfach mal den Sattel-Update-Dings so den Uplink-Dings bau den mal ich muss mal die Karte rein kleiner machen ich muss aber erstmal noch so ein paar den Dinger da bauen ich will das erstmal was viel wichtigeres bauen zwar Türme fertig und dann einen Atomreaktor äh was ach so research is completed jawohl nächsten Heavy Body Laser Satellit ja da kommt meine Erinnerungen wach die sind nicht schön so haben wir schon alle Luftabwehr-Dinger äh Luftabwehr-Dinger so ein bisschen Gel erforschen Gel wenn du verstehst was ich meine ja gut ich bau mal den jetzt bauen wir erstmal das Wichtige und zwar und zwar bauen wir jetzt erstmal braucht dieser Reaktor-Cooling-Dinger oder ja was sollte man die zuerst bauen oder sollte man ach besser naja doch ist er nicht fertig gebaut ne alles ist gut wir müssen drei nebeneinander bauen naja wir müssen auch direkt anschließen also wir müssen direkt nebeneinander sein ein Fast-Mortal ja genau so zwei Reichen theoretisch kannst du auch vier bauen ich baue halt erstmal diese Türme und dann du machst schon alles kaputt Verliegung ne Moment kommst du überhaupt durch war die schon immer so hoch die Reichweite ja ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern die Dinger ja bei dir hast du auch immer die Tankkiller gebaut ach ja richtig weil die irgendwie total überpowered waren oder? war doch nicht was? die Tankkiller sind teilweise ein bisschen stärker ich weiß jetzt, hatte ich da nicht eine Version wo die noch deutlich stärker war? ich weiß gar nicht mehr die waren deutlich stärker bei dir und dann ich weiß gar nicht mehr die noch mal eine Railgun Funktioniert in der Realität nicht so gut wie im Spiel. Also im Spiel funktionieren die super. Ja, aber in der Realität ist es ein bisschen scheißendrick, weißt du. So, jetzt zeig ich dir mal, wie ein echter Mann hier kämpft. Der macht sich seine Hände nicht selbst, schmutzig. Der sucht erst mal im Menü die Raketenwerferstellung. Der L-Gun, nee. Dann wo sind jetzt die Scheiß? So, hier, ne? Guck, hier, so, dann. So, gleich habe ich noch mehr Energie. Ich habe auch Zeit hier. Bringt mir das Ding überhaupt viel Energie? Geht so. Viel klär. Was passiert, wenn ich die Tür abbreite? Kannst du ja mal machen. Äh, ich baue was für die Ahrillerie. Was? Passiert was Schönes. Gucken wir uns die Scheiße auch mal an. Das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir nicht mehr. Das Ding brauchen wir auch nicht mehr. Ich fliege vielleicht lieber ein Stück weg hier. Spritzen bloß ein bisschen. Das wird noch zu gut gekühlt. Sehe ich gleich. Das verrät mir mein Kennauge. Was? Zu verhitzt, ja. Das wird noch zu gut gekühlt. Hörst du auf, das zu reparieren? Das ist gut, wie es ist. Das ist gut, wie es ist. Das muss so sein. Na ja, das ist Arbeit auf hohe Leistung. Hey, die KI, macht was. Was? Weil die reparieren. Ja. Die reparieren. Leck mich am Arsch. Also der eine repariert. Wo direkt daneben stand. Hey, hey, hey. Atefakt, berg das mal. Soll es das bergen gehen? Kannst du das nicht bergen gehen? Kann das nicht bergen, das Atefakt? Wieso nicht? Ich weiß nicht. Wenn ich es ankriege, kriege es nicht. Ich muss den hinfahren. Oder er fliegt doch daneben rauf. Irgendwie daneben. Ich schicke mir mal so ein Spot da runter und gucken wir mal, was passiert, wenn ich hier, ne? Wow, jetzt habe ich die Explosion verpasst. Scheiße. Ah, jetzt, okay. Mordarpit, wow. Das ist ja fast schon eine richtige Technologie, die ich da gefunden habe. So, EMP-Kanone. Äh, was? Research completed? Ich brauche weiterreichende Artillerie. Nuklear-Mister. Jawohl, das klingt nach weitreichend genug. Geht über die ganze Karte. Na, ich weiß nicht, die ganze Karte reicht das aus. Ich könnte Laser-Sailiden bauen, aber... Kannst du doch. Nö. Ich baue lieber noch ein paar Raketen-Stellungen, so... So in der Gegend. So, sollte ausreichen. Hans Potter, flieg ins Missionsgebiet. Komm schon, flieg los. Ich bin mir nicht sicher, ob die Artillerie nah genug dran ist. Ja, die könnte im Wesentlichen nicht weiter weg sein. Meinst du? Also, in der Mitte könnte die ruhig sein von der Karte. Würdest du trotzdem noch treffen. Ich glaube, ich bin zu weit weg. Also, meiner Meinung nach... So, ein bisschen. Ich hab schon so... Hä? Jetzt ist die Mission gleich vorbei. Oh, Mann. Heul halt. Ich wollte doch noch was einsetzen. Ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen was napiere. Lass mal ab. Dann setz was auch... Oh nein, ich weiß, was du einsetzen würdest. Mach das mal fertig, komm. Eine Minute vielleicht noch, oder zwei. Ich glaube, wenn ich das fertig baue, kann ich... Ich kann ja nochmal schießen, ohne dass alles... ...hackstücke stücken. Ja. Das wird gleich zu Ende sein. Naja, ich kann sie auf meine einen hinten ballern. Was schießt denn da noch? Die Atelier von hinten. Ach so. Oh, wow. Sagst du es doch mal, dass ich die noch wegreißen muss. Naja, die schießt ja irgendwie nur auf den Berg. Naja, auf diese... ...Mauern schießt sie. Naja, toll. Mauern. Hallo, würdest du da bitte mal... ...und boh, nochmal das...